Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play World of Tanks mit ein paar Noobs an Bord und ich habe vergessen die Lautstärke richtig einzustellen. Und dann reinkriegen direkt, will's doch, will's doch, will's doch. Vor allem super finde ich, dass du direkt etwas spammt, lade nach. Ja, 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 das ist meine Aufnahme-Taste, tut mir leid. Negativ. Ja, also mit Lost und Ram. Ja, Lars, was verleiht dich denn dazu, dieses Spiel nochmal anzufassen? Ich bin gar nicht wieder raus, ich spürte dich. Ich muss mal, man muss mal rechts fahren, Leute. Was? Da muss ich mal rechts fahren, statt. Oh, da, die Stadt. Wer doch T-34, yes. M6. Reicht doch. Das reicht locker. Okay, fahr ich mal daher. Ich war traurig. Meine Stunde der T-34 wird reichen. Ja, nicht wenn er alleine ist. Aber da heißt der irgendwie eher Fick oder so. Guck dir das immer mal an. Ja, Fick, Leute, den Clan, ne. Ja, Fick. Wir hatten ja auch schon die Pommes vom KFC. Das stimmt, die Pommes vom KFC hatten wir auch schon, ja. Jetzt geht Musik an. So geil, ey. Ich muss ja sagen. Hier ist nix. Oh doch, da, von VK. Oh, da ist auch noch was. Los. Los nicht sterben. Böses Los. Los, Genosse. Barek. Ich, ich, ich rette dich. Ich rette dich. Eventuell. Ich rette dich. Eventuell. Ich rette dich. Eventuell. Eventuell. Was hat die Angst, man vor der Sue? Nur wenn du sollst. Warte, vier Sekunden, vier Sekunden, vier Sekunden. Weißt du denn, die Preise kostet an mir ab? Drei, zwei, eins. Oh, oh. Ach komm. Hör auf. Ich hab extra gewartet. Ich hab extra gewartet. Dafür schieb ich dir hinten in sein Amorek irgendwo rein. Weißt du gar nicht, wo das ist? Ja, weiß ich, wo das ist. Das ist mittig hinten am Tor. Ich hab extra gewartet. Mittig hinten am Tor. Ich glaub ich hab sein Motor getroffen. Weil ich musste sogar warten, weil ich den, äh... Okay, ich hab nicht sein Motor getroffen. Genau, zeig ich mir noch die Seite. Finde ich sehr gut. Ist geil, dass wir alle drei geschossen haben. Der ARL, du und ich. Äh, die Sue, sie steht alle oben im Berg irgendwo. Ich hab mir die S3 mit mir gekauft. Das ist ein geiler Panzer, macht Spaß. Ich weiß gar nicht, warum die verkauft haben. Du hast den verkauft, du Trottel. Ja, wahrscheinlich wegen irgendeinem Rage-Gedöns-Zeug. Ist mir egal wegen was, das war nur. Was sogar wirklich. T34, sei der drauf? Von mir hat er schon eine bekommen. Ich auch nicht. Ich glaub, dass ich ihn drauf habe, ich hab noch keine Vision mehr gehabt. 1S prallt er mir ab, 5 Sekunden Reload. Ich gaute sie euch gleich wieder. Der war genau mittig. Mittig. Aber ich werd mal hier oben stehen, lieber. Ja. Was sage? Wart nicht hier rüber. Stefft ihr sie nicht mehr. Ich hab vom GW Panda ein bisschen Angst eigentlich. Ja, lass, wo bleiben die Scouts? Komm jetzt. Äh, die Scouts alleine. In der Stadt haben Probleme, ne? Wir müssen da hochfahren, komm gut. Ja, lass, sterb. Lass, sterb. Lass, sterb einfach nicht. Das wär ärgerlich. Sehr gut. Die 34, 85 ist da unten noch, ne? Auf den kann ich jetzt nicht gucken, so ich würde jetzt erstmal die Art hier holen. Uh, zu tief, zu tief. Ah, okay. Der Problem hatte ich grad eben auch. Fahrt ihr nach oben, ich fahr zur Brücke. Ja? Komm mal zum Panther. Tu das, Junge, ich fahr das. Ich versuch die einfach aus der Stadt ein bisschen aufzuhalten, dass wir in die Maus kommen, so ganz schön. Au, ich erschütter mich nicht. Guck mal lieber auf, ich muss grad sagen, guck mal lieber erstmal noch mit dem Gb Panther. Erstmal Superpursing wegmachen und dann versuche ich die... Oh, komm ich da durch? Ich hab mir das extra Zeit gelassen, so. Ich will zum E-MEN. Wat pinkt der mich da? Wat will der? Da ist der, D34, 90. Mars Cap or back. Ey, ich schieß auf meine Kette, das fisch ich nicht nicht. Ja, ich schieß auf ihn los. Weg ist er. Ausch, ich verballert sogar noch mehr. Zwei Sus. Die seh ich gar nicht. Ja, ich bin da rum. Schade. Ich komm nicht ran, das müsstest ihr aber schaffen da oben, oder Ram? Was? Das schafft ihr aber, oder? Zwei Suh 152. Warum? Äh, Suh 122... 122, 44, verdammte Kacke, ey. Ja, dann falle ich den jetzt in den Rücken. Das weiß du nicht. Kannst du das nicht schreien. Kannst du das nicht schreien. Kannst du das nicht schreien. Das ist ja natürlich schlecht. Was machen denn die alle da? Warum fahren die mir alle hinterher? Weil sie es können. Oh, Heilöwenna. Abgeprallt. Ah, da war ich zu gierig. Oh, Arti. Da war ich zu gierig. Oh, Arti. Da war ich zu gierig. Arti. Welche Arti? Das ist eine 122er gewesen. Ne, kann nicht sein. Die kann mich nicht sehen. Der andere. Oh, eine von den beiden Waren. Weil Arti der hinter dem Hügel ist. Ne, ist irgendwas anderes los. Ja, was denn sonst? Hallo, wo kommt auf einmal der KV5 her? Oder der was? Ja, der ist rübergerollt. Wo kam der jetzt her, bitte schön. Langsam aber sicher. Ich lasse mal den Löwen, ne? Ja, mach das. Löwenplatz schon mal. Voll das unkoordinierte Spiel irgendwie. Da müsste auch irgendwo noch ein KV3, Pershing und so sein, ne? Ja, klar. Die IS3, also Vorsicht. Können auch bei unserer Basis sein. Ich glaube, die sind auch zurückgekommen. Ich halte einfach noch ein bisschen in den Schach, ne? Ja, ganz genau. Hinten ist ja eh nur noch KV5 und... Die Suhr explodiert gleich. Ja, einer ist auf jeden Fall zum Cap gefahren. Ich hab ein HP. Ein HP. Ein HP. Ja, mach ich gleich. Löwenberg geschossen. Es war scheiße, dass du da weggefahren bist. Die wären doch sowieso alle gekommen. Löwenberg geschossen, Löwenberg geschossen, Löwenberg geschossen. Löwenberg gleich nachgeladen, weil ich meine gar nicht runterbekommen. Sauber. Ne, zurück. Zwei sind im Cap. Zwei sind im Cap. Zwei sind im Cap. Zwei sind im Cap. Also Börschen und KV3 sind im Cap. Wie lange noch? Ja, 13 ist verloren. Drei sind jetzt drinnen. Drei sind jetzt drinnen. Alle drei drinnen. IS3 auch. Sechs. Fünf. Drei. 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 Hätt' ich vorher zurückfahren müssen, aber andererseits... Habe ich doch gesagt. Naja. Machst du nix. der panther schreibt gut job aber er ist hinten stehen geblieben weil er ist weggefahren also ein zwei leute die arbeit ist keine schlechte runde von mir kann man nicht so sagen es geht so scheiße dass weggefahren bist ich hätte vorher waren der kann das im rahmen eigentlich naja dann gesucht und solle die gar nicht anders als erster markus machen zuerst er sich jetzt offen auf jeden Fall durch Prozent gleich bis zur zweiten Runde BG und vergessen dass ich meine Augen das umgelegt habe sorry und Runde 2 immer noch mit demselben beiden Menschen ich will keine Klaude die man wegfährt mir fiel keine sanfte Beteiligung ein ich hätte vorher wegfahren müssen also fläm ich nicht an hier das doch manchmal wieder scouten Jungs da unter Umständen wenn man sich prägerlich erwischt aber passiert also ein paar neuner dabei der T30 macht mir Angst vor wo starte ich so hier so kv2 gewonnen ist oder aufs lang gehen bei jetzt runter wieder an dann komm ich auch mal Riste weil krasse lexen im Internet also krasse lexen nicht so ein Mikrolex aber krasse auf die hre bei kv2 ist übel schießt sie auf den Turm und schießt ihm Kette alles kaputt weil sich das Radius hat mit der ersten Mann so hat sich nicht gefreut so meine ich hasse meine Internetleitung dafür das liegt an einem beschissenen PC ja 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 natürlich natürlich die Gastronen Rechner kennt man ja natürlich hat er nur vier gigahertz los vier Komma eins weiß ich doch was liegt an einem Rechner als 6 Kerner und war dann nicht und ich habe auch noch eine Garfikkarte die 300 Euro kostet und hat dann nicht und liegt eindeutig in einem Rechner kostet sie bald wahrscheinlich sogar mehr wenn das anders funktioniert warum wahrscheinlich sogar mehr wenn das anders funktioniert warum ja ist mir nicht zu Rüstung weil du ein Kacknung bist das war ne Art hier würd ich mal behaupten hehehehe ist die 54 ich mach ein bisschen Terraforming wenn ihr hier hinten seid ne mach doch so so hier nochmal die paar Zäune mitnehmen das Gartentor ganz wichtig auch so hier nochmal einen Baum umhauen da wird ihr auch ja sehen schon wo ich komme hier nochmal das Tor mitnehmen oder auch nicht habe jetzt keine Bäume mehr umhauen er gibt ihm eine jetzt bin ich gespottet ich war aber auch gar nicht in den Moven what the fuck ey ich häng irgendwo fest das ist ein bisschen schlecht los jetzt krieg ich von hinten auf uns sagt Alter mehr der T30 eine verkeilt fahr superpersing fahr fahr bitte Ramm nicht vorfahren auf dem Hügel oben lol der ELC hat ihn getötet wusste er dass der kommt T30 steht oben auf dem Hügel aber wie du siehst das geht dir ganz gut eigentlich nein T30 ist da auch der hat mir gerade mein halbes Leben weggeballert Ramm mehr als mein halbes Leben hier ist drei und Löwe hätten der Zeit seinen Turmrücken der Turmrücken ach so dann penetrieren halt ein bisschen ah ja ok ah ja und er hat ja kommt noch Jagdiger kommt übertreibst nicht das hast du nicht was schaff ich nicht lasst warte doch ab Konkurrer und Jagdiger kommen warte ich will ihnen doch ein bisschen was rauslocken was schießt dann gibt es eine ah siehst du ja da gab es eine vom Jagdiger schon mal verplättet oder vom Konkurrer einen von beiden du versperrst unseren beiden Menschen da gerade den Weg bei dem Wrack habe ich sechs Minuten später gesagt alles klar und jetzt die ES dahinten die ES 3 schon da komme ich mir nix durch wenn ich mir nicht ziele das geil so die ES 2 ich wollte gar nicht so was er getroffen hat Eckart stellen nicht vorwahl aus der Tätigkeit links in der links in der links und nirgends woher Lob ich hätte schon völlig angeschoben sich schon längst abgeballert mich jetzt nachvollziehen können da ganz wichtig ich habe noch gar kein der Wester macht wo du schon was ist das ja auch durch das auch nicht durch hier ihr dicken Dinger was mich arzt ich bin durch das ist ja auch sie sind durch Bülpüftel das glaube ich allerdings auch ob sie mit dem Motortreffer reichlich in den Chip 950 Super Scouts Prozent der Wettbewerb mit mir gehen hey hello hello there hello hey 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 you hello guys heeeh hello guys ah Nicole war's D30 oh der hat mich getroffen hat es mal Bogen gemacht ja merkt man gar nicht, ich hab auch schon eine von ihm bekommen von keinem anderen Panzer nur vom C30 und ich seh immer noch kein anderes Loch, oh mein Gott ich frag mich mal mit inzwischen die was ganz Neues, ne ich gib mal einen Let's Player von zwei Gefechten hin ungewohnt Fahr Conqueror, fahr, 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 geht doch Conqueror ist ein cooler Panzer, was auf jeden Fall besser als der 10er Welcome Traffor Finger abzug, mach mal weg, hey hallo abgeprallt am Heck what the fuck ja, passiert was, das ist ein Mortal-Pan-Roffel ja, ich muss sagen, so ein Jagdiger und ein Conqueror können schon was, wenn die so vorrollen aber der Jagdiger ist schon tot, ah ich will auch Damage, ne, ich will auch Damage machen wenigstens hab ich was getroffen, da gibt's ja nicht durch, aber ich hab was getroffen nicht an mich schießen wir haben sie nicht mal angekratzt wir haben sie nicht mal angekratzt wir haben sie nicht mal angekratzt Mensch, wo kommst du dann da durch mit den Scheinen ich ziehe aus MGA ja, auf das schieße ich eigentlich auch immer, aber diesmal kommt man nicht daran wir sind einfach weg, das ist die Scheiße jetzt kann ich mal testen, kann man die cappen? nein, kann man nicht wir hatten gerade eben die Diskussion mein Turm ist kaputt, mein Turm ist kaputt wenn die Gegner schon kein Damage machen, ne, mach dich selber ne, ich stehe nicht nochmal rum, ich will nicht sterben so, ähm daneben, lol ja, ich konnte halt, ich muss halt ohne Turm-Aim, ne, war nicht, lol, hinter das kein, alter hätten wir 10 Sekunden länger, dann wollte der Jagdtiger uns Grape von hinten, ne ja, genau das ach, ich bin richtig gut gewesen, sagst du alter, Null Damage, ey, boah boah auch bei mir geht das nicht genau, weil wir наш obligation haben und er hat gerade sein, oder gerade heute so einen Theater bekommen ja also, äh, würd ich sagen skunkt genötigt verify, im Spiel igen ist das nicht einfach und würd ich mal sagen,", danke, was du gröben äh bis zum nächsten Mal und das ist auch denke talented vai,istance Wurz pior Europ Rick ich hintergehe jungs